So, heute ist The Force Day, der Tag für alle Jedi bzw. Stavos Freunde. Es gibt natürlich einen wunderbaren Satz, den Joda gesagt hat, Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite, Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leiden. Das passt zur Corona-Zeit, Covid-19 etc. pp. da ist er. Tja, also wie gesagt, ich habe mir öfters hochgehalten, weil ich habe mir in vielen Formen, ich habe einen Soho, der auch sprechen kann, das wisst ihr ja, ich drücke nochmal drauf. So, wir haben Corona-Zeit, wir haben Pandemie-Zeit, wir haben eine große Verarsche, der Wirtschaft, die Frage muss lauten, wieso machen so viele mit, weil ich verstehe es nicht. Weil so viel Geld kann man nicht häufen, so viele Millionäre kann es nicht geben, dass man seine Geschäfte so lange zulassen kann. Wirtschaften, Restaurants, Hotels, Gastgewerbe, Showbit, also so viel Schweigegeld kann nicht gezahlt worden sein. Es mag sein, dass im ARD, ZDF und andere Schweigegelder gelaufen sind. Ich bin ja, wie gesagt, nicht nur auf Instagram unterwegs, sondern auch woanders und ich schaue mir wirklich tatsächlich alles an. Und durch das Netz ist man ja roundabout mit der ganzen Welt und die ganze Welt kann man aber nicht verstehen. So, es gibt Milliarden von Menschen, es gibt Millionen von Menschen, es gibt vereinzelte Menschen, ja. So, und dann gibt es Menschen, die jetzt anfangen, es geht doch nicht darum, geimpften Sonderrechte einzuräumen. Es geht darum, dass Geimpfte ihre Grundrechte zurückbekommen, die man ihnen jetzt nicht mehr verwehren kann. Und nein, Impfneid ist kein Grund. Meine lieben Damen und Herren, habt ihr überhaupt schon mal über diese Sätze nachgedacht? Da kommt auch wieder der fette Sturm auf. Wir haben 150 kmh hier und es regnet und hier fliegen hin und wieder mal die Fetzen. Also, wie gesagt, Grundrechte, das Recht auf Leben, das Recht der Unbeschwertheit, das Recht überhaupt sein zu dürfen. Dieses Recht dürfte an sich keiner einschränken. Wenn es doch eingeschränkt wird, ist es ein Diktat und wenn ihr nicht wach werden möchtet und wenn ihr wirklich auf solche Sätze rumreitet, dann stimmt etwas mit euch nicht. Frei zu sein, da zu sein und hingehen, wo man mag, ohne eine andere Person extra dazu zu nötigen, mitzugehen oder für sich Platz zu machen oder seine Gedanken dort frei niederzulassen, dass andere so hören können, das ist damit nicht gemeint. So, im Leben gibt es nur zwei Tage, an denen du nichts tun kannst. Der eine heißt gestern und der andere heißt morgen. Also ist heute der richtige Tag, um zu lieben, zu glauben, zu handeln und vor allem zu leben. Natürlich, wer sagt sowas? Dahlia Lara. Ey, ist klar. Solche Worte kommen halt nicht mal eben so in unsere Gehirnwindung. Aber ist so. Morgen, übermorgen geht nicht. Null Change, wir wissen nicht, was morgen, übermorgen. Aber gestern und wie heute, das können wir. Gestern haben wir erlebt. Gestern wissen wir, was wir heute gemacht haben. Wegen gestern. Weil gestern haben wir heute etwas gemacht, um morgen damit leben zu können, vielleicht. Umgib dich mit Menschen, die sich nach Sonnenschein anfühlen. Menschen, die sich nach Sonnenschein anfühlen. Ich meine, ich finde alles klasse, was die Leute da alle so von sich geben, um uns zu motivieren. Ja, wie gesagt, es gibt auch zwei Darstellungen. Einmal, wie es wirklich tatsächlich ist und einmal, wie man es euch einredet. Ja, so, hier fehlen drei Prozent, hier fehlen zwei Prozent, da wieder drei Prozent, da, okay, da ist ein bisschen viel, sind vier Prozent. So, vier Prozent erkrankt bei einer Fläche, bei einer Einwohnerzahl. Wisst ihr, wie lange wir das schon haben? Eins bis drei Prozent immer. Eins bis drei Prozent passiert immer etwas. Punkt, fertig, aus. So. Und 97 Prozent ist meistens normal. Ganz normal. So, wie heute 150 kmh. Und der Kaffee kalt wird, weil ich jetzt ins Mikrofon blammele und dieses Video mache. Auch das ist normal. Ja, ne? Also, wir haben in der Pandemie oft als Erwachsene für die Kinder mitgesprochen. Aber wir haben zu wenig darauf gehört, was Kinder selber wollen in der Pandemie. Das haben wir nämlich nicht. Ja? So, wir sollten mal die Kinder fragen, wie die sich fühlen. Ja, man hat mich auch gefragt, hier muss das sein? Boah, in der Schule ständig das tragen. Kann man nicht was anderes tragen? Haben Kinder schon gefragt. Ja, also ich, was soll ich jetzt darauf antworten? Ich meine, ich finde es gut, dass ich gefragt werde. So. Hier wohnen 560.000 Menschen. Fast 600.000 Menschen haben wir hier mit besuchen. Hi, hast du geschickt, ne? Hab ich bekommen. Ich guck's dir aus. Bitte was? Na, 300. Ja, sicher. Ja, klar. Ein einfaches? Ein leeres. Ein leeres. Warte, ja. Ich guck's dir, ich guck's dir.